Amens, bis jetzt auch tadellos beim Treffer von Sararia in Halbzeit 1, mache ich ihm keinen Vorwurf, war ein Traumpass und ein Traumfinish. Und jetzt hätten wir vielleicht die nächste Riesenmöglichkeit, da ist das Ding! Doppelpack von Gomez! Ja, ist es denn die Möglichkeit? Und Zwickau führt schon wieder. Und Gomez macht den König.